Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu The Blade-Tune wieder! Mit vom letzten Part. Kill-geil zu sein! Ich mit meiner schönen Brush hier. Mit meiner Octo-Brush. Nein, okay, ist keine Octo-Brush, aber... Für mich ist das jetzt eine Octo-Brush. So, ich werde jetzt so schnell wie möglich mit einem Titan-Arm irgendwie. Chill mein Leben. Hallo. Und schon wieder sind drei tot. Ich mache gar nichts. Ich will nur meinen Tinten-Titan irgendwie vollladen. Hallo? Danke. Hier nochmal hinsetzen. Stirb. Ist das eine Sniper? Nö, das war eine Hydra. Komm her runter. Ach komm. Scheiß Echolokator. Leck mich. Ich wollte doch schön campen. Wie so eine Kacksau. So, hier camp ich jetzt. Die Elita könnte mich so einfach wegkillen jetzt. Was? Lass mich doch mal. So, kann ich jetzt hin? Leck mich. Verfiss dich. Sterb. Ich glaube, du solltest die Brush etwas lernen, maybe. Hallo? Ach, leck mich. Ah! Double Kill. Schade. Ich hätte so gerne einen Triple Kill. Lern das. Zu dem leckst du wie Scheiße. Achso, ich krieg den Kill nicht, oder was? Ich war mit auf dem Podest. Und die hatte meinen Eimer, glaube ich. Bin ich jetzt eigentlich gestorben? Wird so ein Highlight so. Armin wollte noch drei killen, ja. Ich bin nicht gestorben. Oh, yay. Alter, wir sind solche killgeilen Säcke gerade. Das habe ich auch angekündigt. Wir sind bald Stufe 14. Geil. Oh Gott, das ist nice. Das ist wirklich gut. Armin bleibt doch bei Sniper. Also, bitte verwirrt euch da jetzt nicht. Ich weiß auch nicht. Er hat einfach nur als Spaß meinen Namen genommen. Ich habe die auch schön genommen. Armin. Fake! Armin, Fake! Okay, jetzt haben wir auch... Seht ihr, jetzt kommen auch mal nicht nur Japaner hier, ne? Es gibt ja halt... Die meisten Leute sind natürlich... Die meisten Japaner und so sind ja halt nicht mehr in dem Low-Rang, ne? Also, da müsst ihr echt auf dem C-Rang so sein. Dann könnt ihr halt Leute treffen, die nicht Japaner sind. Ja. Das sagt alles. Ohne Sniper gegen Sniper Army. Da ist was zu tun. Ich wollte nicht unbedingt mein zweiter Cone nehmen, weil ich da jetzt auch schon wieder A-Plus, glaube ich, bin. Keine Ahnung, aber da kann ich das besser mit der Brush hier nehmen, weil ich da viel durchleveln und durch rerollen... Ah, wie nennt es sich? Spezialabzug weniger da, wenn man halt stirbt. Dann baue ich nur ein paar Pinsel und schon habe ich wieder meinen... Komm her, Schätzchen... Ja, nur ein Stück! Mein Team macht wieder alles alone. Ding, ding, ding. Ich wollte das da nicht färben, aber das kriegt nicht irgendwie. Leck mich. Lern die Brush, Mann. Ich schleiche mich mal von unten an und versuche sie zu umbringen. Stirb. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ich bin so killgeil. Ich klatsch da mal ins hin, ne? Ich bin nicht hier. Wow. Warte, was? Der hat gar nicht auf mich gezählt und dann ganz schnell, ne? Kleine Scheißsau. Mein Team macht jetzt aber alles alleine, das ist schön. Guckt euch das an. Die machen das einfach alone. Komm, Team. Lol, der ist, glaube ich, wieder runtergefallen. Oh, Mann. Das Gitter ist invisible. Ich bin nicht hier. Ah, dann helfe ich euch Nudeln mal. Ich weiß, dass du da bist. Stirb. Ach. Warum bist du jetzt nicht... Das verstehe ich jetzt wiederum nicht, warum der jetzt mich... Der ist einfach hinter mir geportet oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was machst du das Sniper eigentlich? Das ist nicht verarschen. Irgendwie, ja, irgendwie, ja, ne? Irgendwie, ja, ne? Irgendwie, jo. Stirb. Du brauchst gar nicht eine Heubuie auspacken. Weißt du? Du brauchst gar nicht versuchen. So, gibst du irgendwie noch eine Kackfrau. Sau, die ich vielleicht umbringen kann. Hm. Hey, Schnuggi. Hinter dir. Tschüss. Hey, Schnuggi. Ich hab dich gesehen. Und tschüss. Das war wohl nix mit Sniper, wa? Ah. Okay. Okay. Es macht so Spaß gerade. Hallo! Und tschüss. Will jemand vielleicht? Ah, ihr lernt auch nie. Ihr seid so blöd. Ach, genau. Hey. Wenn ihr ne Brush spielt, dann bin ich das. Jetzt hab ich das ganze Team ausgelöscht. Noch Fragen? So, Team. Guckt euch die Linien da an, da vorhin. Bei den Gegnern. Da hatte jemand einen Titten. Titten-Titan. Oh Mann. Langsam wird's hier mit Kills. Und das ist schön. Hoffentlich nehmt ihr das jetzt nicht ernst oder so. Ah, so muss das hier. Was denken sich die Leute eigentlich? Die denken sich auch, was geht ab? Was? Vor allem stelle ich vor, ihr seid so C- und seid davor natürlich S- oder keine Ahnung. Und dann macht ihr da immer so 20 Kills und denkt ihr auch, was geht mit dem? Löl. So, eine Runde machen wir noch. Ich weiß ja nicht, wie lang der Part wird, aber egal. Hoffentlich kann ich da auch noch ein paar Kills absahnen. Weil ich jetzt grad ein bisschen aufnehme wegen der Gamescom und so. Weil ich ja schon Donnerstag nicht da bin und jetzt halt alles produzieren muss und so. Und Freitag dann, wenn ich abends zurückkomme und dann keinen Bock hab und vielleicht Samstag vielleicht dann auch noch down bin. Deswegen habe ich jetzt insgesamt zwei andere Folgen aufgenommen und jetzt halt die zweite Splatoon-Folge. Und dann werde ich mich ans Schnibbeln wagen. Und das mache ich jetzt alles an einem Tag. Und dann muss ich jetzt noch die Thumbnails und so hochladen. Da schaffe ich alles an einem Tag hier. Das geht. Das ist möglich. Ich habe gemerkt, dass ihr das gefeiert habt mit dem, ähm, Dunkeln und dass ich das auch mal im Rank-Kampf probieren soll. Äh, wie gesagt, dann nur im Team-Kampf. Vielleicht zum Beispiel hier jetzt in diesem Low-Rank, sag ich mal so. Wieder scheiß... Zwei... Zwei... Zwei Sniper. Das ist, äh, ein bisschen blöd. Wegen Roll habe ich vielleicht noch eine Chance, ja. Und dann gehen wir Höhler. Hast du nicht vorher, dass ihr jetzt einen Dribble-Perk habt? Das war nice. Allein durchleveln. Weil das Spiel erkannt hat, dass ich schnell meinen Tinten titanen wollte. I love you. Ja. Was zur Hölle? Hier ist jemand gestorben wegen einer Elita da. Du brauchst hier gar nicht hochgehen, du sagst. Verpiss dich. Ähm... Hier vielleicht... Elita! Elita! I'm coming! Um you to killen! Ich hab gedrückt. Dann kam dieser Scheiß-Roller. Leggy-Roller, der mich dann noch getötet hat. Leck mich. Einfach hart am Arsch. Ähm... Mein Freund. Du hast was vergessen. Hallo? Kannst du mal sterben? Allein, dass der einen schon nicht gesch... Boah, du läckst echt wie Scheiße, ne? Du scheiß Gulda. Vielleicht nehm ich mal das Teil. Vielleicht nehm ich mal das Teil. Will hier jemand nicht irgendwie runterkommen, maybe? Für Kills. Ach, kommt doch runter. Ach man, seid ihr langweilig. Und ich hab trotzdem den mitgenommen. Wie blöd, ey. Oh, gosh. Mann, ihr sollt nicht alle meine Sprungbacken nehmen, falls ich hier irgendwelche pflanze. Die brauch ich selber. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie Team spiele oder so. Mich interessiert das Team Nudeln. Ich bin hier nicht. Kommt her, ihr Nudeln. Ich werd hier rumcampen wie Sonntwart. Kannst du doch gleich wieder verpissen, ne? Das war auch wieder so ein scheiß Timing einfach, ne? Scheiß Goldfischkanone, weißt du? Das ist gut so, wenn das Gegner-Team gewinnt, kann ich noch ein bisschen mehr Kills absahnen. Natürlich. Verpiss dich. Also manche sterben einfach nicht, ne? Die brauchen einfach zu viele. Ich hab ja noch Angriff. Ach, der Goldfisch, der war so laggy-hard. Team. Ich will jetzt aber auch nicht abkacken. Das meine ich ernst. Verpiss dich. Hau ab da. Wie viele Hits brauchst du bitte? Würdest du mich verarschen? Diese scheiß Röller. Hau. Mein Kill. Die kotzen, ey. Im letzten Match kotzen, Mann. Nice. So, ich stell' mich mal von hinten an. Weh, jetzt kommt dieser scheiß Roller und leckt mich hier weg. Hab dich gesehen. Hey. Du scheiß Roller, Mann. Du gehst mir auf den Piss. Ich hab gedrückt, Mann. Geh mir auf den Sack, Alter. Der chillt da irgendwo in der Tinte rum und fühlt sich geil. Dabei ist er scheiße. Ah, verpiss dich. Das ist so unglaublich, diese Carbon-Roller. Wenn ich so schwingen würde, ich würde keinen damit töten. Und diese leckten er natürlich teilweise. Bin ich woanders, dann tötet er mich von 10 Kilometern. Weißt du, verarschen kann ich auch alleine. Jetzt komm ich schon wieder da hoch. Guck mal, der hat sich teleportiert. Der hat sich teleportiert, du Arsch. Leck mich. Scheiß Roller. Dir in die Hose, Mann. Mich interessiert es nicht, ob wir hier gewinnen oder verlieren. Das interessiert mich null. Ich will einfach nur killen. Weil ich so killgeil bin. Weil ich so killgeil bin. Tschüss. Und du kannst auch jedenfalls sterben, du scheiß Legi. Denkst du, kann ich da oben nicht killen, oder was? Und da kommt eine andere scheiß Legi-Roller, ne? Natürlich. Weißt du? Wir haben noch 30 Sekunden Zeit, um vielleicht über Maybe zu gewinnen. Also ich nehme nicht den Goldfisch, weil dann werden wir automatisch verlieren. Also ich bin nicht schuld. Ich habe viele gekillt. Jetzt wird die Pussy sich verpissen. Na komm. Catch me. Was? Was für eine Pussy. Geht die einfach weg, ne? Okay, das macht man manchmal immer, wenn man halt einen saven Gewinn haben will. Sag ich mal so. Dass man dann halt den Goldfisch nimmt und dann in seine Base zurückgeht. Was natürlich aber auch unfair ist. Aber wir wollen natürlich nicht unbedingt Siege haben. Das war nicht das Ziel, sondern zu killen. Hier, guckt euch das mal an, was für Lappen da. Guckt euch das mal an. Also ich war nicht schuld. Also das ist immer das Problem. Diese Sniper. Wenn die schon weiß, die kann nicht gut killen. Es gibt manchmal solche Tage. Dann sollte ich noch wenigstens den Goldfisch nehmen. Aber gut. Ich sag ja nichts dazu. Ne? Also. So. Das war's mit dieser Kegeln-Sucht. Und damit sag ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab ein bisschen zu viel gesoffen. Cola natürlich. So. So. So.